Oh! Hey, Zeit für eine Pause. Oh, eine sehr gute Idee. Wer holt das Stöckchen? Los! Oh! Ihr alle drei! Ha! Ich hab eine Idee. Schön warten! Ah, den brauch ich. Ah, sehr schön. Gut, also. Oh! Okay, seid ihr bereit? Und los! Und los! Und los! Ah, sehr gut. Und weiter. Fertig. Los! Und los! Wie wäre es? Aha! Gut. So. So. Ja. Fertig. Und los! Überall ich meld. Oh! 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 Verzeihung. Können Sie nicht lesen? Hunde dürfen nicht frei rumlaufen. Oh! Oder? Sie zahlen ein Fünfziger Strafe. Oh! Ach, herrje! Ach, herrje! Oh! Können wir? Bravölnchen! Bravölnchen! Warum machen wir jetzt ein Päuschen? Okay, ihr wollt lieber kein Päuschen. Oh! Nein, lass es in Ruhe! Lass es in Ruhe! Oh! 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 Ich hab sie gewarnt. Das kostet sie einen Fünfziger Strafe. Was? Bitte schön. Danke. Oh. Hühnchen! Weiter geht's! Oh! Wenigstens etwas zum Mittagessen. Da wären wir. Da wären wir. Sehr schön. Alle sind zufrieden. Ist das k-kalt? Ist das k-kalt? Ist das lös? Ah! Oh! Was? Was ist das? ich muss mir dringend etwas anziehen ich liebe das vielleicht das und das und das und das was gut und eine tasse tee kein wasser das haben wir gleich fehlt noch die butter ausgezeichnet jetzt rein damit weil sie auch die Oh, ausgezeichnet. Guten Morgen. Warum ist es hier so kalt? Der Boiler ist kaputt. Hey, Tür zu, die Wärme geht raus. Oh nein. Ich lasse jemanden kommen. Klempner, gut. Oh, also, irgendwo hier in der Nähe wäre schon gut. Oh. Hm. Ah, perfekt. Oh. 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 Gut. Das kommt hierhin. Ja. Kaffee. Leckerer Kaffee. Leckerer Kaffee. Hier gibt es Kaffee. Leckerer Kaffee. Kaffee zu verkaufen. Warte dich, leckerer Kaffee. Warum nicht? Guten Morgen, der Herr. Was darf es sein? Ein großer Cappuccino. Sehr gerne. Ich bin gleich bei Ihnen. Äh. 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 Nur noch einen kleinen Moment. Ja. Dankeschön. Oh. Was mach ich nur? Was mach ich nur? Aha. Ein wenig Geduld noch, der Herr. Oh. Hä? Hä? Oh nein. Hier drinnen gibt's kein Stroh. Oh. Oh. Hä? Wer sagt's denn? Aha. Gut. Jetzt müssen wir nur noch warten bis... Ähm. Äh. Einen Moment noch, bitte, der Herr. Tuh. 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 Phigh pllowson. Hoppshh. Och. Tuh. Tuh. Picikum. Pfff, pphf. Tuh. Pff, pppp… Oh... Ich brauche etwas Schaum. Oh. Tuh. und schokoladenraspeln ausgezeichnet ist gleich fertig der herr danke für ihre geduld bitte du bist dazu teddy okay was macht so ein pech teddy wer zuerst wer ist das denn hallo 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 sie mag Verschwinde, verschwinde! Der soll aufhören, der soll aufhören! Teddy! Passt du bitte auf sie auf? Was? Vergiss es! Sie macht bestimmt keinen Ärger. Ich bin nur ein Stückchen weg. Damit spielt sie gern. Bin gleich wieder da. Was? Komm her! Komm her! Hallo! In Ordnung! Du kannst auf den Arm! Aha! Bitte schön! Oh! Okay! Gut! Ja! Schon geht's los! Warum setzen wir uns nicht? Sehr schön! Hot Dogs! Leckere Hot Dogs! Hier! Zeit für ein schnelles Mittagessen, denke ich! Oh! Herrlich! Oh! Kommt nicht in Frage! Vergiss es! Das gehört mir! Ah! Wie wär's mit einem Stöckchen? Ah! Sieh mal! Sieh mal! Sieh mal! Was ich hier habe! Äh! Ah! Such! Nein! Das geht doch so! Sieh mal! Fertig! Und! Such! Ketchup! Auah! Vergessen Sie's! Das Telefon ist auch kaputt... ...und Tür zu wenn Sie rausgehen! Oh! Du brauchst erst mal dein. Müsst es mal wieder gebürstet werden. Was? Bean, raus! Aber oben ist es so kalt und hier ist es so schön weiß. Genau das Richtige. Aha! Oh, tut das weh. Ha! Ich habe eine Idee! Ausgezeichnet! Schön! Geschafft! Oh, warm machen! Oh, warm! Hallo Teddy! Oh, oh nein! Oh, hallo! Was war ein schöner Morgen? Oh, hallo! Ja! Ha-ha! Oh, ja! Oh! 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 Oh, moi! Oh! 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 Oh, nein! Oh, 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 oh. Kommt nicht in Frage. Vergiss es, das gehört mir. Oh, wie wär's mit einem Stöckchen? Ah, sieh mal. Ja, sieh mal, was ich hier habe. Such. Nein, das geht doch so. Sieh mal, fertig. Und such. Ketchup? Ganz einfach, oder? Was? Aber das war mein Brot. Schon gut. Schon gut, schon gut, schon gut, Butch. Langsam, langsam. Schon schlimm genug mit einem. Oh, die gehören mir nicht. Ich werde fürs Gassigehen bezahlt. Sie werden dafür bezahlt? Oh, ab nach Hause, Mopsi. Ich habe eine Idee. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hot dogs. Leckere Hot dogs. Hot dogs. Leckere Hot dogs. Stöckchen. Tada. Gut. So lasse ich mir das gefallen. Wirklich genial. Sehr gut. Wo bleiben die noch? Ah, hallo. Da wären wir. Gut, jetzt schön abmachen. Oh, Penny. Was? Sie hatte schon was zu essen. Mal so ehrlich. Jetzt wird das große Geld verdient, Teddy. Auf los geht's los. Mr. Bean. Hundesitter. Perfekt. Ich weiß, Teddy. Eine tolle Idee. Und hält. Nein, das ist für Hunde, nicht für Katzen. Tsch, 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 tsch. Tsch. Au. Au. Morgen. Hallo. Danke. Morgen. Oh, was für ein süßer kleiner Schnüffel. Morgen. Dankeschön. Oh. Bravo-Hund, braver Hund, braver Hund, braver Hund. Bitte, bitte. Die Köter hier. Raus. Sofort. Jawohl. Verzeihung, Verzeihung. Ja, wo sind sie denn nur? Oh, nein. Oh, wartet. Bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt. Oh. Gleich raus. Das wäre der erste. Und das der zweite. Hier, 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 hier. Komm, 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 komm. Komm, komm. Vorsicht. Hey. Hey. Oh. Sorry to go. Duh. Oh. Ha. Ich habe eine Idee. Gut. Oh, ja. Ta-daa! Gut! Wiedersehen! Oh, da ist es ja! Schön! Ja! Ah, ja! Oh, ist das schön hier! Entschuldigung! Guten Morgen! Hallo! Ich hätte gerne so ein Gerät, bitte! Leider ausverkauft! Was? Oh nein! Nein! Ist das kalt? Oh! Ausgezeichnet! Oh, gut! Ich mache mir eine Tasse Tee! Oh, gut! Oh, gut! Ah-ha! Oh-ho-ho-ho-ho! Oh! Oh-ho-ho-ho! Oh! Oh-ho-ho-ho-ho-ho! Oh! 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 Verzeihung, kann ich helfen? Kommen Sie mit! Geht wieder. Oh, vielen Dank. Wiedersehen. Oh, was? Oh nein. Oh nein. Mrs. Wicked. Mrs. Wicked. Oh, das darf doch nicht...